Ja, jetzt nimmt wirklich Farmer vor mann hier. Loot all! Und weg damit. Oh, hier fehlt noch die Wall, aber die habe ich doch dabei, ne? Ja, Volo. Und so eine Schist. Puff. Und jetzt kommen hier wieder die ganzen Blöcke rein. Ja, die Wall kann ich ja hier jetzt eine nehmen, wo wir eh kein Bett von haben. Warte mal... Dirt, 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 Dirt. Dirt, 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 Dirt. Gossick. Gossick-Table. Clay, red brick, tungsten-brick, stone, grey brick, snowmilder, Oh, Brick. Ach mein Gott, wir haben so viel Krams, Krams, Mist da. Wir haben hier Obsidian Bricks. Kannst du dir noch aus den ich Obsidian Walls machen? Und damit halt den einen Raum, wo das Obsidian Kram ist, noch besser machen? Oh, hier ist noch der Darcher. Okay. Hier ist noch die Bricks. Warte mal, Bricks ist ja noch mal was. Oh, natürlich. Oh, die Türen sind gut. Ich habe zu tun. Oh, jetzt kann ich mal immer ein Schwer testen. Ja, oder so. Warum läuft die Tyriade aktuell unten rum? Hast du sie umgesiedelt? Nö. Okay. Nö, warum ist sie da nicht? Oh, aber der Typ hier draußen ist jetzt. Ah, super. Den muss man noch beschützen. Goll. Warte. Geh rein, Spacko. Geh rein da, kusch kusch. Wo gehört der eigentlich hin? Da oben gehört der eigentlich hin. Warum überhaupt der nicht mehr da ist? Ach, du hattest ja vorhin offen. Wahrscheinlich sind die beide rausgegangen. Das ist nämlich genau die Etage, wo die rausgehen konnten. Ach so, ja. Und sind dann runtergefallen. Und jetzt können sie halt nicht wieder zurück, weil sie ja eigentlich nicht hingehören. Warte mal, lass mal kurz einmal nach oben. Dann sind die ja vorhin neu gespawnt. Wenn wir einmal oben waren. Mach ihm zu und komm mal mit nach oben. Ja. Vielleicht hilft es ja. Mach mal schnell. Geh schneller. So, einmal so. Und jetzt kommen wir auch schon wieder zurück. Ja. Vielleicht doch. Dann können wir nämlich jetzt hier auch dicht machen, den Humpen. So, dann setze ich mich den schon mal unten, den Typen. Fuck. So. Ist ja jetzt zum Glück nicht so nervig. Nervig. Hier waren Walls, ne? Genau. Hier war Farbe. Dann kommen hier die Bricks hin. Brick. Ah, nervt nicht, Kollegen. Boah, ich hasse Blutmund. Also nicht direkt hassen, aber es ist nervig in gewissen Situationen. So wie jetzt. Ich habe noch einen Block, 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 Block. Hier habe ich noch einen Block. Ich habe noch einen Block. Ähm. 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 Auch nicht. Äh. Auch nicht. Was soll ich jetzt überhaupt noch machen? Ja, genau. Redstone, Krims, Krims, Krims. Ist zwar hier, oder? Boah, ich bin so gut. Haha. Dann kommen hier noch die Holzen. Was hast du gesagt, das sind hier Dinge ins Hellstone Bricks, oder? Äh, unten, unten in der braunen. Unten in der braunen, du bist nicht unten. Ach geil. Loot all. So, dann brauche ich eine, was brauche ich denn da? Eine braune Tiste. Okay. Dahin, genau. Materialien! Verraschend, man kann aus... Lilian kann man damit machen, aber aus Pink Grid kannst du nichts machen? WTF, man? Geht aber nicht. Komm her, Gary. Bradley. Ne, okay. Echt gar nichts? Ne. Leider nicht. Leider nein. Ach, dann übrigens auch mal da rein, ne? Das hat eigentlich was zuerst zum Bauen, ne? Ja, ja, genau. So in die... Ja, sind das Blöcke oder Bricks? Weil... Das eine ist da unten, das andere ist... Ja, dann ist gut. Weil das eine ist halt... Bricks, das andere sind Blöcke, da muss man halt irgendwo gucken. Ach der, wie viel Knochen wir haben. Das ist Hammer, ey. Ja. Ich stelle euch nochmal Dye her. Äh... Ne, Dye-Maschine mit dem nötigen Material... Kannst du steigern. Wovos meinst du denn Pink? Pink? Weiß ich nicht. Wir haben einmal pinke Farbe. Warte mal, ich habe ja auch ganz viel pinke Farbe, ne? Ne, ich habe Violett, ne? Ja. Äh... Was ist denn hier, wo sind die Pflanzen denn hier? Äh... Ja. Ich glaube oben, in einer, links oben irgendwo. Aber ich weiß leider nicht genau wo. Ach hier. Äh, ne. Komm, da kommt jetzt einfach nachher. Wenn wir jetzt hier Tod suchen. Boah, das passt doch nicht alles, aber... Na, ich wusste es. Shit. Das passt nicht alles. Boah, ich habe sowieso noch Material da, weiß ich, oder? Material... Pink, Prickly, Pearl, Pierce. Wir haben nie gehört sehen. Die haben wir definitiv nicht. Schade. Okay, was kostet es denn hier oben bei dem Typen? Äh, bei der Tuse. Das hier kann ich noch wegpacken. Zug noch einen frei. Schupp. Boah, ich habe noch ganz viele Dirtblöcke. Die kommen noch weg. Jawohl. Äh... Dirtblöcke. Da. 25 Kupfer. Okay, ich glaube... Da geht ein bisschen was. Wie macht ihr das jetzt? Dann muss ich da zur Crafting-Session hingehen und... Mache ich was pink und... Irgendwas mache ich was pinkes, oder was? Sehr wahrscheinlich. Oder wie... oder wie male ich... Hä? Ja, wie der mit Meilen geht, weiß ich nicht. Das kann ich ja nicht sagen. Ich teste noch jemand. Mach mal. Boah, Alter. Diese Viecher gehen mir so auf den Sack, Mann. Danke. Mach. Mach. What the fuck. Achso. So, eine Glastür ist auch geil, ne? Lo, weil... Muss ich mal was zu sehen jetzt. Sieht ja schon nett aus. Wir sollten eine Glastür als Eingangstür machen. Als Eingangstür machen. Oder? Ja, sicher. Ja, sieh ja. Glastür als Eingangstür, oder? Hat da mehr was... Special Doors hier. Hellstone. Hellstone. Criptain Ore. Wie viel Zeugs wir davon haben, ne? Das braucht noch mehr. Tin. Toll. Glast... Shareglastable. Geil. Hellstone. Lead. Platinum. Silber. Okay, wir haben Glastür. Iron. Gold. Tin. Noch mehr Tanksten. Tin. Noch mehr Tanksten. Man kann ja nicht genug haben. Lied. Lied. Wann sich jetzt hier. Noch mehr Lied. Weiss! Oh! Oh, Moment, das mache ich anders. Nervt nicht, du hast die Tür wieder zugemacht. Du hast die Tür wieder zugemacht und ich habe die wieder so genervt. Ach so. Wenn jetzt sonst nichts ist. Ja. Warte mal. Wo habe ich das jetzt her gehabt? Ja. Du meinst, dort hier siedle ich um. Hier kommt jetzt so weit rein. Hm. Hm. Na, tanzen. Okay. Na, da muss ich noch tanzen. Da kommt das hier irgendwo hier unten hin. Da. Ich glaube, damit bin ich jetzt fast durch. Nur noch die Bambi-Kiste ist ein bisschen zermüllt. Hm. Die mache ich jetzt auch noch und dann habe ich glaube ich fast alles fertig. Jetzt. Final. Da ist jetzt echt nicht rausgekommen, habe ich es nachgelesen. Man kann damit nichts färben. Nur Benetim. Das ist nur dazu da, um bei dir hier in dem Social-Dingen oder im Die-Feld halt was anzumalen. Okay. Super. Jetzt habe ich 16 Die hier oder was. Ranged Weapons sind hier gewesen. Die Wurfwaffen waren irgendwo hier. Ja. Halt das an Holzbogen. Rich Marboni-Bow. Puff. Weg. Eine Deathly Gold Pickaxe. Die kann man dann sogar noch behalten. Oh. Ein Anglet. Wo waren die Bomben? Hier. Oh. Oh. Granaten. Äh. Da. Hm. Mining Shirt. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, Mann. Hatte der nicht... Oh mein Gott. Hatte der nicht irgendwas zum Anmalen? Ja. Anmalen ist was anderes wie Farbe für Clothing wahrscheinlich. Paint Roller. Oh Mann. Ah. To color walls. Okay. Das erklärt einiges. Dann brauche ich nochmal ein Gold. Ja. Fernkampfwaffe. 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 Matte. Boah. Scheiß auf Bones. Oh wir haben so viele Bones. Warte mal. Die kommen nicht in die Wurfkiste. Habe ich mich jetzt gerade entschlossen. Hm. Nein. Keine Wurfkiste. Auch nicht. Hier war die Wurfkiste doch irgendwo hier. Bony Bones. Vanity Items. Hier. Mining Shirt. Da. Das kommt oben rein. Das kommt oben rein. Das kommt in die Kiste. Da kommt noch Mac. Das kommt in die Kiste. Das kommt in die Kiste. Das kommt in die Kiste. Wie malt er das nicht an? Das nicht. Witz. Ich verbrauche hier auch die ganze Zeit Farbe. Aber irgendwie malt er das nicht an. So. Hm. Dann kommt das in die Bambi Kiste. Da. Puff. Die Bambi Kiste ist wieder aufgeräumt. Hooray. Ich glaube zwar das hält nicht lange. Aber. Ist sie aktuell. Zu viele Healing Potions dabei. Die kommen wieder hier rein. Oh mein Gott. Unser System ist aufgeräumt. Hat mich auch nicht so lange gekostet. Von der Zeit her. Die Farbe ist weg. Und hier ist bis jetzt nichts. Es klappt ja fast. Okay. Guck mal. Guck mal. Wie schneiden da unten so man? Na. Da war eine. Ich glaube das ist das hier. gewesen. Ach. Jo. Wo ist denn jetzt eigentlich hier die Partygrube da? Lass mal eben nach oben gehen. Ich komme sofort einmal mit. Moment. Moment. Äh. Ja. Ich komme. Wum. Wum. Ähm. Okay. Wollt ihr nicht? So. 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 Mach nicht was so. Nein. Hast du jemanden umgesiedelt gehabt oder was? Nein. Wegen der Farbe. Achso. Ne. Klappt nicht. Egal. Aber wenigstens. Warte keine, ne? Okay. Nein. Mach dir nichts. Aber musst du kaufen. 25 Kupfer hast du dabei, oder? Ja. Schenk ich dir. Oh ja. Jetzt werden meine Blumen eingenebelt. Hehehe. Hehehe. Alter. Pestiziden halt. Ja. Hehehe. Hey. Geh mal hier aus der Tür raus. Alter. Jetzt kommen die hier alle rein. Hehehe. Hehehehe. Hehehehe. Ich guck mal, ob ich noch mal ein bisschen Holzfarben, Standardholz gefarbt bekomme. Was sind denn die ganzen Vanity-Sachen? Rechts in der Mitte oder sowas. Also das sind nicht die Vanity-Sachen, sondern die Sachen, die irgendwie, wie dieses Pflanzen-Ding, was halt... Also du meinst jetzt, das, was wirklich was bringt. Achso, nee, das ist noch was anderes. Die sind links Dritte oder so. So die Wands, die irgendwelche Sonderfunktionen haben. Genau. Ah, da, ja. Da würde ich dir nämlich beipacken, den Roller. Blödes Vieh. Alter, dieses Wachsen hier keine Bäume mehr, Mann. Ja. Indem man die absammt ohne neue Sachen. Nein, hier liegen, hier sind ganz viele Sub-Links, alles voll. Aber hier wachsen einfach keine. Keine Ahnung. Aber hier sind allgemein aktuell so gut wie keine Boren gefunden. Muss ich sagen. Na komm, davon haben wir nicht so viele, nämlich die Momente. Ach. Ey, so ein Misstraum hier. Weg damit. LoL, geil. Mach das jetzt. Wie geil ist das denn? Hast du heute hingekriegt mit Farben, oder? Nee. What the fuck, Alter. Ich bin gleich da. Ich bin, oh, wir sehen ja, ein Brickwall. Ja. Voll geil, ey. Die ist lichtintensiv. Das heißt, und unten, die hat, ähm, hinten so Toten, so kleine, so eine Art rote Augen hat die dann auf der Wand jetzt. Okay. Jetzt ist es dem angucken, ey, wie so Fledermäuse, die so in den Kopfhäuser anstecken. Und der Raum ist halt wirklich stockfinster, wenn du in die Tür Tür zumachst, ne? Also wirklich stockfinster. Wenn man den aufmacht, ist dieser Leichteller. Oh, warte mal. Das sieht doch schon richtig geil aus. Jetzt gehen wir nicht vor, ne? Warte mal. Warte, 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 warte. Wo ist es? Aber irgendwie eine Kiste hier. So, ich wollte mir herstellen... Wohnenplattforms. Ah. Moment. Oh, das sieht doch noch andere. Verdammt. Jetzt kommen die Leute hier wieder rein. Jetzt hab ich die Tür nur aufgemacht. Du stehst auf Schmerzen. Eh. Lasst mich durch. Na, Arzt. Leute. Geht hier bitte raus. Ja, ganz ehrlich. Was anderes. Nicht das, wofür ich was gehalten habe. Oh, ein D-Blum. Komm, fang an zu sprinten. Hier, Kollege. Keine Lust. Ach, hier sind Standardbäume. Her damit. Ich lauf dran vorbei, so. Oh, der Raum gefällt mir. Oh, der Raum gefällt mir. Oh, ja. Der ist der geilste Raum, ohne Scheiß. Neuer Lieblingsraum, sagst du? Ja, ich fand bislang die Maragoni, die Maragoni, die Maragoni ist ja dieses tiefdunkelrot, äh, diese, wo halt der Gunman vorher drin war, Shadewood, genau, die fand ich bislang sehr gut. Ja, ich find die, 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 ähm, mit den Veins am Scooter, diese Dschungelräume. Wir können auch einen kompletten Knochenraum machen, das weißt du, ne? Ja, ich weiß. Weil, A, haben wir schon viel Knochenzeugs und B, haben wir einfach so viel Knochen, dass wir alles daraus herstellen können, was einem geliebt ist. Und wir haben so eine Wend, die halt irgendwie Knochen herstellen kann. Hm, ich weiß. Ja, könnte man also auch noch Terror-Schwappen machen. Boah, Terror ist geil, ne? Das hier oben. Hm, schau doch, ich glaube, mit den pinken. Ja, aber da weiß ich halt nicht. Ich hab das selber auch noch nie gemacht, dass ich sagen konnte, woran das Licht. Was hat er denn gemacht, Mann? Ach, okay. Stirb, faceless Bastard. Boah, ja, das wird zu viel, das wird zu viel. äh Spinnen, spack mal rum alter so einen Schuss oder was, ernsthaft? wo geht's denn hin? Was ist das hier? Da möchte ich hin. Ist da irgendwo Walls drin? Ja, in zweites Etage von unten rechts in der braunen oder so. Ah, ja. Gefunden? Jo. Sieh am Rick Wall. Puh, wangst. Wie tief geht das? Bisschen her, okay. Gibt es hier etwas interessantes? Nicht direkt. Ein Würmchen. Ich mach einfach mal so. Was? Ja, ich habe einen von diesen Erzen im Crimson Gebiet kaputt gemacht. Ist aber ja wieder nur der erste von drei, darum seid ihr vollkommen Wurst. Was? Aber vielleicht kommt er noch mit dir auch runter, auch wenn wir ihn nicht verbrauchen. Acht, ach, ach, was sind hier die? Ah. Oh, hier ist eine Kiste. Eine Flerkahn, was auch sonst. Loot all. Mitten hier im Gebiet, wo ich nicht dran geglaubt habe. Na, du scheiße Spinnis. Macht das hier mehr Schaden? Äh, auch nicht davon, ne? Oh ja, das macht mehr Schaden. Geringfügig. Ja, jetzt habe ich... Flare Gang, scheiße. Oh mein Gott. Hier werde ich wahrscheinlich nicht wieder hochkommen, oder? Da gibt's eins im Bild, ne? Hier. Ja. Den kann ich nirgendwo platzieren. Ich weiß, dass ich irgendein Riesenbild eingesammelt habe. Einweißig. Das muss die Riesenbild. The eye sees the end. Ja, mit den Bildern geht auch einiges, oder? Ja, muss ich zum Mausflümmen. Wo ist er nicht? Toll. Das muss hier drin. Das muss hängen bleiben, ne? Das ist ja mein Wahnsinn, ne? So. Ja, jetzt habe ich mal wieder ein bisschen Action gehabt. Jetzt kann ich zurückholen, aber so mach das. Haha.